Ich bin hier ein Tor zu schießen, muss ich das ja klar sagen. Aber am Ende bin ich froh, hier zu sein und einfach mit meinen neuen Kollegen genießen. Ich denke, wir werden eine erfolgreiche Saison haben. Das war relativ schnell für mich. Gestern Medizincheck, heute das erste Training. Aber ich habe ein gutes Gefühl, es ist ein bisschen anstrengend, weil hier ist alles schnell, alles groß. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Natürlich spielen wir die Champions League und für mich ist das eine große Herausforderung. Weil, wie gesagt, ich habe noch nicht in der Champions League gespielt und es ist vielleicht Zeit, das zu machen. Du hast ja auch schon ein paar Mal bei uns im Stadion gespielt, allerdings für den Gegner. Und ein paar Tore geschossen. Und ein paar Tore geschossen. Aber an was erinnerst du dich im Stadion, an die Fans, woran erinnerst du dich? Ja, 80.000 Menschen sind am Schreien, also hinter den Rücken. Das tut einfach gut. Also jetzt für mich wird es gut tun, weil ich bin jetzt für BVB und ich freue mich. Ich bin nett. Vielleicht zu nett. Warum? Ja, ich mache alles mit Herz und die Leute, meine Freundschaft weiß, wie ich bin und die nehmen mich, wie ich bin. Und ich bin einfach ein glücklicher Mensch. Ja, ich bin einfach.